Ja und damit hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play Omsi 2. Wir sind wieder auf Krefrath und wir müssen jetzt die Linie 52 fahren, weil ich will die mal kategorisch abgehen. Leider diesmal alleine, weil Xhasa irgendwie keine Zeit findet. Ich hab zwar die ganze Zeit mit dem MTS gesprochen, aber der muss noch Bewerbungen schreiben. Umlaufnummer, da wählen wir doch lieber erstmal den Umlauf aus. Wir fahren im Stadtzentrum und fahren gleich die 52 von Wilhelmplatz nach Bülzberg um 6.35 Uhr. Umlauf 1, ja, in 26 Minuten. So, 4 Minuten 10 habe ich noch. Jetzt kommt, lasst mal die Leute einsteigen. Guten Morgen. Hallo. So, jetzt werde ich mich erst nochmal in Steam auf Offline stellen. Gut, wir fahren mit dem Hamburger Stadtbus 2013 Solo, der C2 Solo. Ein richtig schönes Modell, finde ich. Es gibt ja viele Leute, die sagen, die sind nicht so überzeugt von dem Modell der Hamburger Stadtbusse und auch nicht von den Texturen. Ich muss aber sagen, mir gefallen die ganz gut und die sind auch ziemlich real. Klar, dass man hier hinten jetzt sowas Verwaschenes hat, ist nicht schön. Aber ich meine, wenn ich so da hinten drauf gucke, sehe ich das nicht. Und von vorne sieht das Objekt, sieht das Modell auch einfach nur genial aus. Vielleicht kommt da ja noch ein HD-Texturen-Update oder sowas. Sowas kann man ja nie wissen, ne? Und jetzt schließen wir mal die vordere Tür. Machen die Pfeile hier noch an. Und dann würde ich sagen... Ach, den Motor habe ich noch gar nicht angemacht. Gut. Und die Bremse sollte ich nochmal raus machen. Mülsberg U. Okay, die Ampel meldet uns nicht an. Okay, jetzt wären wir angemeldet. Interessant. Ach ja, es ging ja erstmal über Rotingen. Gucken wir nochmal, wo wir heute so alles hinkommen. Ich hole mir mal kurz das Mikrofon ein bisschen besser ran. Und was ich mal wieder vergessen habe, jetzt hört ihr mich gerade scheiße, ist das Fenster zu schließen. Natürlich super vorbereitet für die Aufnahme. Man ist es ja nicht anders gewohnt von mir. Kunt-Automaten. 16-Bit. So. Gut, jetzt hier einmal links rum. Wir fahren Richtung Bülsberg. U steht wahrscheinlich für U-Bahnhof. Und das ist eine normal lange Tour, so wie ich das gesehen habe. Knapp 15 Minuten. Schätze ich mal. Also die Omsi-Folgen liegen ja immer so zwischen 15 und 30 Minuten. Das liegt einfach daran, dass ich nicht während einer Tour abbrechen möchte. Beziehungsweise sagen wir es so, wenn voraussehbar ist, dass die Tour 40 Minuten dauert, dann werden daraus zwei Folgen. Aber ich möchte nicht kurz von Linienende oder so abbrechen. Und 15 Minuten sind meiner Meinung nach eigentlich eh für Omsi viel zu kurz. Also im Optimalfall sollte so eine Omsi-Folge 20, 25 Minuten lang sein. 30 ist eine schöne Folgenlänge. Aber ist halt nicht notwendig. Ich meine, ihr guckt die Folgen ja auch eh schon gerne. Vielleicht habt ihr ja irgendwelche Vorschläge, wie ich das Let's Play verbessern kann. Das weiß man ja auch nie. So. Der nächste Halt wird gleich automatisch angesagt. Also Bolzberg-Ü. Ich habe aber das Gefühl, dass die Linie mir, dass die Map sogar liniendefinierte Benutzerpfeiler anzeigt. Wo ich zugeben muss, dass das leider ziemlich wenig Maps machen. Kreuztal aktuell im Moment auch noch nicht. Weil das ist so eine Sache, die werde ich noch einbauen. Aber das ist halt ziemlich weit hinten auf der Prioritätenliste. 52E bleibt erstmal auf der, was ist das, Autobahn. So, jetzt ist es nur noch eine Hauptstraße. Hier will niemand einsteigen oder aussteigen. Gut, nächste Haltestelle, bitte. Wülzberg-U-Bahnhof. Also ab der nächsten Haltestelle werde ich wahrscheinlich mal mit der... Ne, ich werde jetzt einfach diese Folge noch mit Maus, mit Tastatursteuerung machen. Und ich werde demnächst auch wohl mal mit Lenkrad fahren. Ich habe ja eins. Wobei mein... Der Punkt, warum ich bisher so wenig mit Lenkrad fahre, ist einfach... Mich stören diese ganzen Geräusche dadurch. Weil das Lenkrad quietscht und all sowas. Und ähm... Warum ziehst du so langsam an mir vorbei? Hallo. Hallo. Gut, jetzt gucken wir doch nochmal kurz. Wie schaut's aus? Wie lang ist die Tour? 35 Minuten anstatt... Ne, 25. Ja, das kriegen wir hin in dieser Folge. Das kriegen wir durchaus hin. Wülzberg. Uh. Hier steht ein schöner Solaris. Naja, schön. Ist wohl ein bisschen falsch gesagt. Viele Leute mögen Solaris ja nicht. Ich habe eigentlich nichts gegen Solaris. Aber sie sind auch nicht mein Lieblings-Bus-Typ. Also... Ich bin ja riesen MAN-Fan, wer es vielleicht noch nicht mitbekommen hat, MAN und Mercedes-Benz. Also von MAN finde ich zum Beispiel die alten Busse ganz schön. Ich mag auch den Line City von Mainz zum Beispiel. Aber so vor allem der NL202 und sowas ist ein richtig schönes altes Teil. Ähm, da muss ich sagen, wie gesagt, ein richtig schönes altes Teil. Ähm. Güterbahnhof. Güterbahnhof. Gerade etwas blöd, dass ich nur 19 FPS habe. Dadurch kann ich nicht so, ähm, flüssig spielen. Weil was man wirklich bei Omsi merkt, sind, je höher die FPS, umso einfacher das Gameplay. Was sag ich? Gameplay. Umso einfacher ist der Bus zu fahren und umso schöner lässt er sich steuern. Hallo. 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 Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Ja, mittlerweile habe ich so, wenn man mal die ersten Folgen jetzt nicht berücksichtigt, also wenn man mal die alten Folgen Resümee zieht, habe ich mein Fast-Siegel doch schon deutlich verbessert. Und ab und so passiert, also eigentlich in jeder Folge passiert es eigentlich immer noch, dass ich einen Unfall baue. 52 rüberziehen. Wir sind am Hauptbahnhof. Sind wir auch nicht am Hauptbahnhof gestartet mit der 51? Ja. Da standen wir, sind dann so darüber. Okay. Wir haben doch jetzt nicht... 10 Minuten sind wir jetzt schon unterwegs. Kann ich gar nicht glauben. Das ging jetzt so schnell. Die 53 rechts mit dem Solaris. E-Krefrath-Ost-S. Also als nächstes kommen dann natürlich die 53, dann die 54, dann die 55, dann kommt irgendwann noch die 57, dann kommt noch der Nachtbus irgendwann, dann kommen noch die extra Wagen. Also Krefrath wird schon wieder auf jeden Fall eine schöne lange Map. Also da wird man bestimmt gut fahren können. Ich weiß noch nicht, ob ich jetzt alle Linien abarbeite, aber drei auf jeden Fall erstmal. Und ansonsten, ich muss ja auch wirklich, ich weiß ja nicht, wie lange ihr um sie sehen wollt, also muss ich auch schon mir eine Menge einfallen lassen, weil es gibt ja auch nicht unendlich viele Maps. Komm schon, Floras Blumen-Blümchen-Laden. 13 FPS im Moment. Wow. Omsi, why are you doing this? Hier ist nicht mal ein Haltestellen-Schild, interessant. Wann habe ich das da gerade richtig gesehen? Was hat denn der da verbaut, um diese sozusagen Lampen da reinzukriegen? Ach, der hat sogar Lampen benutzt und die einfach umgedreht. Interessant. Dass Omsi da ja auch mitmacht, ne? Also ich hätte eher dann immer so damit gerechnet, das gibt eine Zugriffsverletzung, weil Omsi vielleicht die Lightmap nicht umdrehen kann und sowas und immer nur vom Licht wegstrahlen kann und nicht nach unten. Komm, wir müssen uns da einordnen. So. Gut, jetzt nach rechts. Das hier wäre zum Beispiel auch so eine Location, wie ich die Westerwaldschleife umgestalten könnte in Kreuztal. Muss ich mir mal was überlegen für. Also die Westerwaldschleife muss natürlich auf jeden Fall noch ein bisschen mehr ausgestaltet werden. Das stimmt. Da sitze ich auch aktuell ein bisschen dran. Hallo. Puh, die ist verschwunden. Die ist einfach verschwunden. Die hat sich in Luft aufgelöst. Das erste Mal beschwert auf der gesamten Strecke. Oder? Gut. Wehrdauerweg. Wir haben bisher auch noch keinen Unfall gebaut, wo ich sehr stolz drauf bin. Da ist das Poli... Alter machen die Autos hier teilweise faxen. So. So. Hm. Stehe ich in der falschen Bucht? Ist ja egal. Die Kreuzung kennen wir ja noch von Roting. Oh, wir haben Grün. Schnell rüber. Oh, ich höre Feuerwehr. Da kommt sie auch schon. Auch ein eigentlich klasse Feature aus Omzi 2, diese ganzen Notfallsachen. Wobei ich auch durchaus gerne noch einen Krankenwagen gesehen hätte. Wederoweg. Okay. Wir sind so ungefähr auf der Hälfte. Ich hoffe, dass sich die FPS gleich wieder verbessern, wenn wir ein bisschen außerhalb der Stadt kommen. So. Guten Morgen. Guten Morgen. So, Türen schließen. So. Ah, da sind schon wieder zwei Solaris. In dem Spiegel ruckeln die ja noch viel mehr als in echt. Immer noch kein Unfall. Mann, bin ich heute gut drauf. Regattabahn. Ich dachte gerade erst mal Regentalbahn. Aber die Regentalbahn gibt es ja sogar, glaube ich. Ja, ich meine schon. Da fährt sogar, glaube ich, eine blaue Dampfloppe oder so. Irgendwie sowas. Haltewunsch. Alles ausgestiegen, gut. Weiter geht's. Jetzt gebe ich mal Kickdown. Vielleicht kriege ich dann noch die grünen Phase da. Wedau Bahnhof. Wedau Bahnhof. Ein Hubbel. Hier steht ein SL-202 Airport Shuttle. Oh, hinten sitzt ein Kind, wie man gerade sieht. Komm schon, die grünen Phase kriegen wir noch. So, das hätten wir. Jetzt wieder ein Haltewunsch. Amtsgericht. Da arbeitet wahrscheinlich der Lextron. Der macht ja was mit Rechtsanwalt, Hilfe und sowas. Aber sitzen die am Amtsgericht? Nee. Okay, hier. Der will sogar, glaube ich, zu uns einsteigen. So, wir müssen auch mal einen Folgen Screenshot machen, was mir gerade so einfällt. So. Gut, nochmal einen gemacht, damit ich auch das Fraps-Bild wieder oben im Logo habe. Nicht Logo, sondern im Bilde. Damit ich sehen kann, ob Fraps abgestützt ist oder sowas. Was Fraps eigentlich relativ selten macht, aber es macht es halt manchmal. Und es wäre doch eigentlich sehr, sehr schade, diese grandiose Aufnahme hier zu verlieren. Bahnstraße. So. Hallo. Die Omi ist diesmal aus dem Nichts gekommen. Beim letzten Mal ist sie ins Nichts verschwunden. Oh, ja komm du halt auch noch. Ich glaube, ich sehe Geister. Wieso blinken der rechts? Geht's da rechts auch noch weiter? Ja, cool. Auch cooler Schuhplatz oder so, ne? Auch irgendwie nice. Kann ich mich da noch einordnen? Ich finde es auch so cool bei dem Bus, dass die Leute hinten so reden, dass da so richtig ein Sample richtig reingelegt ist hinten. Dass man wirklich das Gefühl hat, man ist dieser Busfahrer. Unfall. Der war aber nicht so groß. Als dass die Leute sich beschwert hätten. Ich wollte mich da einfach nur reindrängeln. Hättest du das nicht abwarten können? Ich glaube, ich werde an der nächsten Haltestelle trotzdem mal kurz die Polizei rufen. So. so gut, wie gesagt da ist schon wieder einer aus dem Nichts aufgetaucht 3 Minuten der ist wieder rausgegangen der hat bestimmt ein Ticket im Vorverkauf gekauft also der muss eigentlich erst um 12 um 12 mit dem Bus fahren und hat jetzt um 7 Uhr schon mal das Ticket vorgekauft so läuft das ja meistens in so Bussen also mach ich auch jeden Tag also eigentlich hab ich ja ein Monatsticket demnach kauf ich eigentlich gar keine Tickets mehr das hier ist auch cool gemacht also Krefrath ist wirklich innovativ muss ich den erstellern mal lassen vielleicht mach ich so Award die beste und innovativste Map in Omsi 2 kommen wir schon streng sein bitte sehr die ist auch wieder rausgegangen da hab ich vergessen einzulenken am Winkel gibt's die nicht auch in Berlin ne in Berlin ist das am Bärwinkel genau in Berlin ist das am Bärwinkel glaube ich zumindest da da geht's doch zum U-Bahn ich guck nach rechts und da kommt sie an mir vorbeigelaufen das Kind des Todes woher laufen die denn könnt ihr nicht mal fünf Meter laufen warum wollen denn wirklich alle hier raus so gut wie alle sind wir nur noch so weil oh nicht salte ist ja schon U-Bahn-Bahnhof so ich werde jetzt noch mal kurz versuchen die hier auch noch rein zu lassen so so und jetzt fahren wir noch die letzte Haltestelle das heißt wir sind jetzt schon so gut wie am Ende der Tour als nächstes muss ich dann gucken was dann eigentlich die nächste Linie ist weil das wird mir das Ibis ja gleich bestimmt verraten bitte alle aussteigen auch cool gemacht hier also ich muss sagen ähm was das Verkehrsnetz und all sowas angeht und die Ausgestaltung her ist Krefrad echt nicht einzuholen gut zu spät zu spät zu spät drei Haltestellen nur die letzten drei auch die Wendeschleife ist ganz cool vor allem wie die Sachen hier so implementiert sind auf das Hauskonstrukt bin ich auch noch nicht gekommen so was wäre denn die nächste Linie verrat mir das doch mal die 52 zum Wilhelmplatz zurück okay dann muss ich mir was anderes suchen ab der nächsten Folge gut ich würde sagen das war's für diese Folge ich hoffe es hat euch gefallen war mal wieder eine coole Tour ich bedanke mich dass ihr mitgefahren seid und wir sehen uns beim nächsten Mal bis dahin und bye bye bis dahin und bis dahin und bis dahin und bis dahin und